3, 2, 1 Die Sonne kommt jetzt auch ein bisschen mehr. Du wirst immer hübscher. Jetzt kommt Flugzeug zurück. Lass uns sitzen! Ich bin die Klappe, ja? Okay. Klar, wir müssen nochmal neu anfangen, geht nicht. Einmal neu, ja? Und dann glaube ich habe ich jetzt. Okay. War gut zur Übung. Ist doch was anderes, wenn es auf einmal losgeht. Okay. Der Völker lenkt mich ab. Aber ich hoffe, mit dem dritten Mal sind wir durch. Komm, noch einmal bitte. Zu lang? Noch mal abkürzen. Wir werden jetzt schon wieder dem Stress ausgesetzt und müssen unsere Meinung äußern. Das ist unglaublich schwer. Wann geht es los? Sagt ihr Bescheid, oder? Bist du jetzt auf Aufnahmen? Wir wiederholt es aber auch nochmal, wenn es richtig scheiße läuft. Es sieht aus, als ob da ein kleiner Sklave steht. Nein, nein, nein. Dafür müssen wir heute Abend bezahlen. Oh Gott, jetzt bin ich ja völlig verkrampft irgendwie. Kommt doch nur ins Internet. Allahu akbar. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also auf die anderen nicht. Punkt, nicht so streng. Schwierig. Wart, erklär mir das mal hier nochmal in Ruhe. Der Wilde Westen lebt. Die Juristen reden gerne viel um den heißen Brei herum. Das kannst du glauben. Zum Schluss muss ich nur sagen, ich bin die Geschäftsführerin und das sind meine Mitarbeiter. Hasta la vista.